Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Wir veranstalten den Tag heute mit der R-Sektion und G&G zusammen. Nach den zwei G&G Stages gibt es jeweils den Teamwettbewerb ein Team mit Spieler 1 und Spieler 2 und die Zeit wird dann zusammengezogen. Peace, Ross. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to tonight's game. And here we go. Lets gir. ... ... Dazu 흔낭. ... fart ... Pain. Bis zum nächsten Mal. Am dritten Platz ist der Markus Loedl und der Marco Hirner. Am zweiten Platz ist der Lukas Schimek und Marcel Gander. Am ersten Platz ist der Max Baldassari. Start mal bei der Stage Ons für das TNT-Event. Okay. Let's make some noise. Come on. Great start. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wow, what a shot! Boom! Yeah! He shoots, he scores! He's on drop! It's a home run! Come on! Go! Let's go! Final round. And it's all good! Thank you, that you are here for the first Airsoft Cup in Österreich. Power! Der dritte Platz ist mit einer Zeit von 1.45 Uhr bestätigen worden. Das betrifft den Markus Oldo und den Marko Hirner. Der dritte Platz mit einer Zeit von 1.40 Uhr ist von Max Tardasti und Simon Zimmermann bestätigen worden. Der dritte Platz ist mit einer Zeit von 1.36 Uhr. Der dritte Platz ist mit einer Zeit von Lukas Schimek und Marcel Florian Gander. Bravo! Uns hat auch die Zorgheit an, dass das definitiv Potenzial hat. Wir werden jetzt garantiert wiederholen. Das nehmen wir mal an. Es macht auch eine riesige Gaudi, so mit Vorzeiten in der Gruppe. Danke, dass du da warst. Bravo! Bis zum nächsten Mal.